Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Sein Magen nicht mehr so viel verträgt, hat sich der Prozess beschleunigt. Steven ist ihm hinterhergerannt. So, jetzt ist der Tisch nass. Und nun? Mit dem Wasser und der Seife wird die Oberfläche des Tisches ziemlich schmierig. So, jetzt ist der Tisch nass. Noch eine Runde Arm drücken? Gerne doch. Ha, ich fürchte, Sie haben verloren, Mike. Sieht ganz so aus. Aber ich könnte schwören, dass der Tisch rutschig war. Seien Sie kein schlechter Verlierer. Sie haben recht. Ich bilde mir das wohl alles nur ein. Sie haben fair gewonnen. Und wie bekomme ich die Tür nun auf? Geben Sie ihr einfach einen kräftigen Tritt. Dann ist sie offen. Das ist alles? Das ist alles, Sir. Vielen Dank, Mike. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020